Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad. Getty A4. Lass uns das Radhaus machen. So. Wir stehen hier vor Gary's Haus und wir gehen jetzt in den Marker. Wir fahren rein. Ich brauche deinen Gloss. Du hast ... und ... äh ... äh ... hab ich nicht gelesen. Hi. Sofistische Europäische. Ich weiß nicht über das. Also, wie geht's dir? Alles klar, ja? Ja? Kate! Don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man. And my husband is in hell. I'm thinking, God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico! You made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegarinos. I owe them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit. Really? Yeah. It's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking. We just have to find out who and make them stop. In the meantime, you chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Attaboy. Come on. I got something to show you. Now, Pegarino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being the weakest. He's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelotti's have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy the Guido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian. And then go whack Frankie Garron. Ancelotti's longtime Capo. Sure. Which Albanian? Uh... This one. Yep. I'm just waiting for help. It's coming in my house. Why don't you put your car in the house? What? Did I miss my car? Was that shit? When did I lose my car? Oh. What the fuck? What the fuck? Why do I have now such a strange clothes? I don't like this. I don't like this. No, it's fine. You do. Ich habe da irgendwie so das Gefühl, dass ich mich mit Motorrad-Gangs treffen muss. Ich hätte gerne irgendwie... Schutzweste. Da muss ich jetzt noch dran vorbeifahren. Wo fahre ich eigentlich da entlang? Ja, genau. Ich komme nur kurz gegen die blöde Mauer und flieg von dem scheiß Motorrad. Ich muss natürlich auch unbedingt mit dem Motorrad fahren, ne? Komm, put put. Dann machen wir das jetzt halt so. Ich muss irgendwo bis aufpassen, dass ich nicht auf der falschen Seite fahre, ne? Alter, wenn ich jetzt noch ein paar Mal runterfliege, bin ich tot. Ich glaube, das wird heute noch passieren. Ich habe ihn nicht gesehen. Komm, machen... Raff dein Motorrad auf. Ich glaube, zwischendurch werde ich wohl auch noch mal was essen, weil... Ich glaube, es ist nur noch ein Viertel Energie, also... Die geht irgendwie gar nicht. Ich hoffe, dass die Mission bald geschafft ist, und zwar erfolgreich. Bisschenweise... So gesagt, bald rum ist, und zwar erfolgreich. Erledigt. Ich hasse Motorradfahren. Und wenn ich dann auch noch muss, ist es noch mal schlimmer. Ich habe ja... So meine Befürchtung ist ja... ...dass ich... ...die Mission verkacke, weil ich vor dem Motorrad fliegen werde... ...und meine Schutzweste mir überhaupt nichts bringt. Das ist natürlich, äh... ...typisch. Ja, ich probiere schon nichts... ...funny-mäßig. Sie hat den Helm erst ruhig auflassen können. Was ist jetzt völlig... ...unnötigerweise abgezogen. Mal gucken, wenn ich noch was zu essen finde, ob er dann auch den Helm noch vorher abzieht. So, was ist mit der Markierung? Okay, dann fahren wir halt in die andere Richtung. War auch gut. Ah. Ich bin es nicht wie gerade so gewohnt, auf der... ...linken Straßenseite zu fahren. Weil das, äh... ...ja... ...in Hongkong hat so ist. Und da ist die Sleeping Dogs. Was ich ja die letzten Tage gespielt habe. Und... ...ja. Da muss man sich hier teilweise ein bisschen wieder dran gewöhnen, auf der Rechtsrasenseite zu fahren. Ja, genau. Habt ihr den gesehen eben? Der wollte mich doch vom Motorrad ran. Ganz eindeutig. Alter, und der auch? Haben die es ja noch alle? Wenn die... ...haben die keine Augen im Kopf? Spiegel nutzen ist was für... ...ja gut, äh... ...spiegel nutzen ist ja Pussis. Ich benutze ja auch keine Spiegel, ne? Also es gibt hier nicht mal die Option. Ich bin hier wohl doch hier so. Ich wollte doch was essen. Wo haben wir denn hier was zu essen? Irgendwo in Hotdog-Stadt oder... ...irgendwas in der Art... ...dürfte doch eigentlich hier sein. Hier sind doch eigentlich überall solche Dinge rum. Manchmal halt leer, ja? Weil die Besitzer irgendwie keine Lust haben, Geld zu verdienen. Aber... ...sonst... ...naja, ich will da jetzt erst noch... ...äh, das ist doch... ...Moment, der ist leer, oder? Prima, ne? Der hat wieder mal keinen Bock auf Geld. Naja... ...wer will schon Geld verdienen, ne? Wird doch völlig überschätzt. Hat er nirgends... ...wo stehen die Leute rum, ne? Wo sie... ...wo sie was verkaufen können. Ah, hier. Ja, ja, es... ...ist klar. So, Hotdog. Her damit. Gut. Es ist nämlich besser, mit voller Energie... ...äh, an die Sache ranzugehen. Weil... ...ist halt besser, ne? So, was... ...ich will uns noch einmal belegen... ...ob ich, äh... ...eine dieses Parts nochmal, äh... ...mit Vicky ausgehen soll... ...oder ob ich es einfach lassen soll. Weil, ja... ...hab ich eigentlich keinen... ...Fuck drauf. ...und dass es so schief gelaufen ist. Tony Black hat nichts getan... ...und niemanden, die es nicht verdreht. Was der F***? Wir gehen zu den Magisten für sicher. Erledige Vicky Garone. Ich werde es versuchen. ...wenn das hier vom Motorrad aus... ...irgendwie klappen sollte. Ist er hier rein? Tatsächlich. Ja, komm. Da muss ich ja jetzt nicht unbedingt so lang fahren. Ja, hier brennt. Alter. Ihr habt es ja wohl nicht mal alle. So. Wie schön ich da am Bus entlang rutsche. Wie, jetzt brauche ich das Motorrad schon nimmer, oder was? Ich mache das jetzt trotzdem Motorrad. Komm, gib Gas. Oh, ich heiße Motorrad fahren. Ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich hätte ihn fast gehabt, den Spast. Wie heißt er? Frankie Garone. Garone in die Tonne. Frankie Garone, du musst in die Tonne. Oder besser in den Sarg. Ich denke, ich schätze mal, die stecken dich nachher in den Sarg, statt in eine Tonne. Von daher. Na, wo willst du denn hin? Der fährt auch da in den Tunnel. Okay. Da kann er auf jeden Fall jetzt nicht groß drum herum fahren. Ob das ist auf der richtigen Straßenseite? Ich glaube, hier kann ich die Seite sonst nicht nochmal wechseln. So, jetzt haben wir hier... Alter, Motorrad, möchtest du ein wenig mehr... Äh, ja. Beschleunigen? Na toll, ich hätte vielleicht gerecht, dass vielleicht ein Tunnel noch hin, aber Pustekufen, ne? Wir sind ja schon draußen aus dem Tunnel. Äh, so krieg... Da hier krieg ich den auf jeden Fall, mannett. Ich muss dicht da ran. Alter. Jedes Mal, wenn ich anfange zu schießen, werde irgendwie... Eine Kurve biegt rechts ab, links ab. Alter, ja, ich heiße Motorradfahren und dann auch noch von Motorrad aus kämpfen. Das ist... Ah. Dann ist es hier überall Baustellen, ne? Ich hab mich getroffen, ne? Aha. Bleib liegen. Unglaublich. So, was wollen wir denn jetzt? Ja, erstmal Dings anrufen und, ja, wo wir gerade hier schon auf dieser dritten Insel sind, haben wir doch hier einen Kontakt, so wie wir hinfahren können. Es ist Derrick. Und jetzt holen wir mal erstmal den Anruf. Uff. Uff. Frank and Garone, sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. okay alles klar jetzt fragt sich noch wie lange er wirklich draußen ist denke mal wir kriegen schon nochmal einen Auftrag bekommen und da war das jetzt schon alles. Das war doch erst der zweite Auftrag mit Jerry. Keine Ahnung, auf jeden Fall fahren wir jetzt mal zu Derrick. Wir haben ja auch schon in Köln gelernt, ich brauche ein anderes Auto auf jeden Fall. Adressfahrzeug, das ist ja nicht mein Auto, das Motorrad. Äh, weißt du was? Den besuche ich jetzt mal. Scheiß auf Derrick. Nico, ist es? Ja, wer bist du? Ivan, ha 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 ha, du kennst mich nicht? Du hast mich ungefähr tönt, m****. Schön, dass du dich sehen kannst. Ja, sch***, ich verdrige dir mein Leben, fantastisch. Ich mache gut, Mann, das Leben ist gut. Ich lebe hier jetzt, mache ich sehr gut, Ich bin sehr gut, engagiert, glücklich, Business ist gut. Ich liebe das fucking Country, Mann! Ha 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 ha! Was für dich? Ich bin nicht engagiert und viele Leute wollen mich da. Apart von da, das ist es auch wie du. Was ist das Geschäft? Ich lebe den Leuten Geld. Aber alle sehr freundlich. Hör, willst du kommen? Ich habe mich nur jemanden, die vor der Körner sehen. Komm mit mir. Komm her! Wir brauchen eine Fahrt! Ich habe gehört, dass der Laird weggekehrt, kurz nachdem ich ihn hatte. Ja, ja, er nimmt irgendwo einen Helm aus, keine Ahnung woher, und später schmeißt er weg. Ich habe ihn gesagt, er geht zurück in Russland, typisch von allen in Hobe Beach. Kommt in die Liberty City, aber nur... Das ist übrigens Ivan, der mal in der ersten Version, wo wir einen verschonen konnten, verschont haben. Hey, Hone Boys, hit me up with that paper you borrowed. Shit, you want that bag? I thought it was a gift, B. You and us being so tight, no? If you and your boy don't get out of here, we're gonna start taking his person. My friend lent you some money, and he wants it back. Drive these chums, for they start getting on my nerves! Mhm. Tja, Fettsack. Das hast du davon, ne? Ich ziele schön, ne? Von wo aus wäre ich denn hier beschossen? Da oben ist auch noch ein Wichster. Was ist los mit dir, Wichser, hm? So. Tschüss, Wichser. Ach ja, ähm, gehen wir mal aus der Deckung raus. So, money, money, money. Taking money. Nee, und du bist dort. Tralala. Geh und rede mit Ivan. Ja, mach ich aber. Erst sammle ich hier das noch ein. Immer schön mitnehmen, was man hier finden kann. So, dann reden wir mal mit dem Ivan. Na, Albon. Sie sind in fucking insane. Du schlubst meine Scheine wieder. Du schlubst mein Scheine. Du schlubst! Ich denke, du hast den Traum. Scheiß drauf. Wo gammelt denn der rum? In welchem Grab? Hey! Wake up, you fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey! Hey! Sit down. That's pretty good gear. I'm pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay? Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. So. What do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. But when they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean... I ain't a saint. I ain't a man of principle. I... I messed up. But... I tried. I made a mistake. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. I... Can you get access to the police computer? Sure. Find the fuck. Shut him. And his pals up. Okay. Eh... Heard... Ehhh... Suche einen Streifenwagen mal wieder! Wir haben hier nichts besseres zu tun, ne? Wo ist mein Motorrad? Das war doch... Ich bin doch noch mal mit dem Motorrad hergekommen, oder? Na gut, ich will eh kein Motorrad fahren, also von daher... Streifenwagen! Da ist mein Motorrad. Da ist doch ein Streifenwagen, oder? Warum nehmen wir den nicht einfach? Die stehen da irgendwie geparkt. Auch ganz nice. Ein geparkter Streifenwagen. Ja komm, schlag schon die Scheibe ein. Ja, prima. Ähm. Äh. Ich hab keine Ahnung. Ich ne, ich... Irgendwas mit Bucky. C. Ah. Oh, come on. Was ist ja ne Scheißsteigerung. Kann man das ja auch mit der Maus machen? Nein, kann man nicht. Kann man vielleicht hier so machen? Ja. Irgendwas mit nem Bucky. Gucken wir mal, wer was findet. Bucky, Sligo, ja, den nennen wir doch. Ermitteln, bitte. Gut, dann gehen wir mal raus hier aus dem Radar und brauchen wir theoretisch glaube ich nicht mehr mehr den Streifenwagen dafür. Ja. 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 ein schattel k k k warte k k k k k k k Was ist klar, also erstmal zu dem Fahren und dann dem wohl noch Folgen zu seiner Crew, seinen Kumpels, die er mit in den Tod ziehen rollen wird. Weil er zu feige ist, allein zu sterben oder so, ja, keine Ahnung. So ungefähr, so, Abkürzung. Wie weit haben wir denn da noch zu fahren? So groß ist der Stadtteil doch hier jetzt auch wieder nicht, oder? Ja, genau. Scheiße, 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 fahr, 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 fahr. Ich bin gleich noch da draußen, wenn's gut läuft. Holla. Holla, das Waldfee. Komm, mach hin, äh, Radar, löst dich mal auf. Ja, da fahr ich jetzt bestimmt nicht zurück. Ich fahr mal da lang, das ist, na, wie will ich mich gerade nicht entscheiden? War die richtige Entscheidung, glaub ich. Ach, ja, Monsters, dann muss ich auch noch machen und ich hab, glaube, ich meine, in diesem Park oder Friedhof oder was auch immer das jetzt hier war, ne Taube gesehen zu haben. Und das brachte mich auch die Idee, am nächsten Part mal wieder solche zu erlegen. Na, komm. Handel dir jetzt nicht nochmal ein, äh, Phanus-Level ein, das wäre dumm. So, da sind wir schon. Na, wo ist er? Der fährt aber gemütlich. Folge Bucky zu seiner Grube, ja, nicht leichter als das. Ähm, ja, ich darf ihn nicht aus, äh, Augen verlieren, ne. Bisschen blöd gefahren jetzt, äh, bin ein bisschen blöd gefahren. Der fährt aber auch nicht besser, wenn ich mir das so betrachte. Das ist ein ziemlich, äh, gemütlicher Typ, ne. Wie fährt denn der? Der fährt ja höchstens 30. Aber echt hier. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, äh, 30 Meilen oder 30 kmh, aber... Alter, ist der Alarm unterwegs. Also wer es, äh, da hinkriegt, den, äh, die Mission zu, äh, fehlschlagen zu lassen, indem er es nicht schafft, dem hinterherzukommen, der ist einfach nur blöd. Noob. Volltrottel. Könnte natürlich noch sein, dass er irgendwann noch mächtig Gas gibt oder so. Aber ich bezweifle es. Und Banshee. Ja, Monster Stunts habe ich, glaube ich, eben auch schon mal was von gesagt. So, komm. Erstmal hier ein paar aus dem Auto heraus. Komm. Komm. So. Ach, die Bullen sind auch schon wieder hinter mir her. Fickt euch hier. Fuck Bullen. Ne? Ähm, 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 ähm. Ah ja. Das war ein Volltreffer hier. Von wo denn? Wahrscheinlich ein Bulle von draußen. Ne? Warte mal, da ist noch einer, oder? Chillst du mal. Bitteschön. Nein! Das darf doch wohl jetzt nicht wahr sein. Ich riehe. Nein! Verdammte Scheiße, da denkt man mal, man macht noch eine Mission, ne? Und dann muss es schief gehen. Ja gut, dann, äh, verschieben wir das jetzt auch wieder mal auf den nächsten Part. Wobei. Ah, komm, ey, dann muss ich noch komplett da hinfahren und so. Ich gucke mal, wie weit, was ich noch machen muss. Ich schätze mal, ich muss dann jetzt noch, natürlich, ich muss mir einen Schreifenwagen erst noch suchen. Ich muss dann den ermitteln. Ich muss dann da hinfahren. Auch, ich muss alles noch mal neu machen. Das regt mich jetzt, äh, auf. Zartierig. Vor allem, dass mich die Bullen hier genervt haben und, äh, ja, nichts Besseres zu tun gehabt haben, als mir, äh, die Nerven zu fallen, ne? Ach, super. Okay, ich, äh, überspringe da ein bisschen was, äh, mache an dessen Haus weiter im nächsten Part, dann sammeln wir im nächsten Part doch noch keine Tauben. Ja, scheiße war's, schon wieder mal, äh, Geld im Krankenhaus gelassen. Naja, was soll's. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.